Als Robert sich auf den Weg zurück zum Parkplatz machte, war er vollends zufrieden. Eine Traumfrau wartete auf ihn und er kam von der Arbeit mit zwei Bechern Kaffee und zwei belegten Brötchen zurück. So stellte er sich das Leben als Künstler vor. Er hatte zwar jetzt nicht das perfekte Foto gemacht, aber die Morgendämmerung über dem See war schon wirklich etwas Fantastisches gewesen. Ob er sich im Parkplatz geirrt hatte, fragte er sich, als er den Van nicht finden konnte. Doch, da waren die Bäume, neben denen sie gestanden hatten, Reifenspuren und einige Zigarettenstummel. Das passte schon. Aber wo war der Bus? Wo war Sascha? Robert stellte den Kaffee ab und kramte nach seinem Handy. Kein Anruf, keine Nachricht. Er versuchte Sascha anzurufen, aber das Telefon war wohl nicht eingeschaltet. Was war das denn jetzt? Er setzte sich auf einen Baumstamm, nippte von dem Kaffee und entschloss sich, erst einmal zu warten. Aber worauf? Warum war sie weg? Er erinnerte sich an die salzigen Tränen, die er geschmeckt hatte, kurz bevor er eingeschlafen war. Ob die Tränen mit dem Aufbruch in Zusammenhang standen? Der Sex war doch mehr von ihr ausgegangen. Er fühlte sich trotzdem kurz schäbig, bis er sich selbst davon überzeugt hatte, dass das nicht der Grund sein konnte. Vielleicht war sie doch schon zu Svenja gefahren? Nein, dazu war es noch viel zu früh. Plötzlich überkam ihn eine tiefe Traurigkeit. Eben noch war der Moment perfekt gewesen, nun war er schon wieder zerstört. War er hier vielleicht das Opfer? Hatte sie sich geholt, was sie haben wollte und ihn dann einfach mitten in einer fremden Stadt stehen gelassen? Das wollte er Sascha nicht zutrauen. Als er auch den zweiten Kaffee ausgetrunken hatte und auf Klo musste, ging er in Richtung Schlossgarten. Sie würde nicht wiederkommen. Da war er sich plötzlich sicher. Er fing an, wütend zu werden. Wütend auf sich, wütend auf Sascha. Robert vergaß das Gefühl, pinkeln zu müssen und lief einfach weiter. Er lief und lief und lief und wurde immer trauriger. Er bewegte sich wie in Trance. Er hatte plötzlich aufgehört zu denken. Robert, du hast aufgehört zu denken? Fragte er sich nach einiger Zeit. Plötzlich war er wieder da. Er musste inzwischen so dringend pinkeln, dass er innehielt und sich einen Baum suchte. War er nicht vorhin an einem Schild vorbeigekommen, das angezeigt hatte, Malente sei nur fünf Kilometer entfernt? Dann würde er jetzt eben nach Malente gehen, auch wenn er nicht wusste, was er da sollte. Er war jetzt ein trauriger, von seiner Muse alleingelassener Künstler, der nichts mehr hatte als seinen Rucksack mit Wäsche für einen Tag und seiner Kamera. Und so lief er weiter, einfach weiter, Kilometer um Kilometer. Die Landschaft zog an ihm vorbei, ohne dass Robert Motive zum Fotografieren sah. Er war nicht geübt darin, ein Künstler zu sein. Erst recht war er nicht geübt darin, ein trauriger Künstler zu sein. Das konnte man auch nicht von jetzt auf gleich werden. Das musste man in jahrelangen schmerzlichen Erfahrungen lernen. Robert befürchtete, da niemals hinzukommen. Eigentlich war er ja ein Sonnenschein. Sascha hatte absolut recht gehabt. Er hatte stets Pläne und wusste immer, wo er stand. Klar, er stand halt immer am falschen Platz. Vielleicht war Robert ein Sonnenschein im Schatten. Das war er bestimmt. Und damit war er auch irgendwie ein trauriger Künstler. Wenn auch nur ein trauriger Künstler zweiter Klasse. Plötzlich stand er vor einem Wegweiser zur Quelle der gebrochenen Herzen. Keine 15 Minuten später war er dort. Das sah eher aus wie ein Teil des Kneippbades aus dem Malentakurpark. Wenn man das Wasser aus der Quelle trank, sollte man von Liebesleid befreit werden, hieß es in einem Text auf einer Hinweistafel. Robert trank einen Schluck aus der Quelle und setzte sich. All seine von ihm so geliebten Gedanken waren jetzt wieder da. Er war wieder er selbst. Das klare, kalte Quellwasser hatte ihn zurückgebracht. Er musste noch einmal versuchen, Sascha zu erreichen. Doch ihr Telefon war noch immer nicht eingeschaltet. Dann würde er eben zu Svenja müssen. Dort würde Sascha bestimmt mittlerweile sein und er könnte mit ihr reden und alles würde sich aufklären. Sie war vermutlich wirklich einfach zu nervös geworden und schon mal losgefahren. Sicher war sie auch davon ausgegangen, er würde einfach nachkommen. Robert fühlte sich dumm und klein. Warum hatte er nur so an Sascha zweifeln können?